Leute, das ist ein ganz kurzes anderes Video heute einmal. Ich habe gerade hier bei YouTubes Studio in meine Kommentare geguckt und dann habe ich einfach dieses Kommentar hier von Lidiro gefunden. Junge, hier, wenn ihr hier rauf geht, dann seht ihr 1,29 Millionen Follower und Paluten hat sogar schon auf die reagiert und ich liebe ihre Videos, Leute. Guckt unbedingt mal auf ihrem Kanal vorbei, ich sage danke dafür und ja, wenn ihr mir das nicht glaubt, ich kann euch zeigen, das ist das offizielle YouTube Studio. Ich kann hier auch auf anpassen gehen. Hier irgendwie, hier sind meine Einstellungen. Ladencrasher. Hier sind meine Links. Leute, hä, wie ist das möglich? Okay, danke dafür für diesen Kommentar. Danke. Danke. Vielen Dank.